Die letzte oder vorletzte Frage war insofern auch für mich eine Vorlage, weil ich nochmal darauf verweisen will, dass die Linke im Bundestag, Jürgen hat es schon angedeutet, auch in diesem Jahr nochmal initiativ geworden ist, um auch das Thema in der deutschen Öffentlichkeit, soweit das geht, bei so einem Thema nochmal ein bisschen weiter in Scheinwerferlicht zu rücken. Anfang des Jahres gab es dazu eine relativ umfangreiche kleine Anfrage zu den 100. Jahrestags und auch der Frage, wie in Deutschland heute dieser Mitverantwortung auch erinnert wird. Jürgen hat an den Beschluss des Bundestags von 2005 schon erinnert. Da sind auch einige Maßnahmen, was insbesondere die Bildungsarbeit angeht, in den Schulen auch schon festgelegt, die aber mit wenigen Ausnahmen bis heute keinerlei Konsequenzen gezeitigt haben. Auch da werden nochmal einige Fragen gestellt, weil natürlich der Erste Weltkrieg im Schulunterricht auch in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Aber dieser Aspekt eigentlich bisher mit einer Ausnahme, nämlich in Brandenburg, in keinen der Lehrbücher und Unterrichtsleitfäden auftaucht. Das Zweite ist, wir haben nochmal, also unsere Bundestagsfraktion jetzt einen Antrag in Vorbereitung, der anlässlich eben des bevorstehenden 24. April in den Bundestag eingebracht wird, indem eben nochmal die historische Verantwortung Deutschlands für die Ereignisse, die Mitverantwortung, die Hauptverantwortung mit Sicherheit nicht hier, aber die Mitverantwortung dafür auch nochmal thematisiert wird und auch dieser Völkermord als solcher bezeichnet wird mit all der historischen politischen Verantwortung, die damit einhergeht. Beide Dokumente sind da vorne auch links an dem Info-Tisch zu halten. Wer sich das nochmal genauer anschauen will, ich will das gar nicht im Einzelnen hier vertiefen. Nur eins mehr angesichts dessen, dass an der einen oder anderen Stelle, das ja auch ein bisschen, sag ich mal, dann nochmal emotionaler wurde, nochmal deutlich machen. Wir als Linke haben ein großes Interesse, dass dieser ganze Prozess tatsächlich ein Prozess der Aussöhnung ist und nicht ein Prozess des Gegeneinander-Aufrechnens oder Ähnliches, sondern tatsächlich, dass daraus ein Prozess entsteht, wo die verschiedenen kulturellen Gruppen, die in der Türkei leben oder auch damals im Osmanischen Reich gelebt haben, miteinander in Dialog treten und nicht gegenseitig sich sozusagen bekämpfen. Das ist ein großes Anliegen, glaube ich, für uns als Linken. Dazu gehört auch die Anerkennung der historischen Wahrheit, auch des Völkermords. Aber nichtsdestotrotz kann es nicht dabei stehen bleiben, sonst geht es darum, heute miteinander zusammenzuarbeiten, auch in dieser Region vor Ort. Soweit nochmal aus unserer Sicht die Initiativen, die da von der Linken in den Bundestag zu diesem Thema auch eingebracht werden. Ich begebe jetzt nochmal für ein kurzes Schlusswort an Jürgen. Ich will mich eigentlich nur noch bedanken für euer Interesse, für ein angeregtes Gespräch. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus